Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Part von The Legend of Zelda, Skyward Sword im Helden-Modus. Ja, auf unserer Suche nach Zelda hat es uns tief in den Wald verschlagen. Wir haben unseren alten Goron-Kumpel sogar wieder getroffen, der uns etwas über die Artefakte der Göttin erzählt hat. Ja, zwei habe ich ja schon bereits aktiviert. Ich wollte euch sogar auch das zweite zeigen, aber leider... ...habe ich dabei irgendwie ein bisschen gepennt und leider vergessen, die Aufnahme zu starten. Also, an dieser Stelle hat hier noch ein weiteres Artefakt gelegen. Das habe ich ja schon bereits aktiviert, ohne gemerkt zu haben, dass ich dabei vergessen habe, die Aufnahme anzufangen. Ja, sorry, tut mir leid, dass ihr das jetzt verpasst habt. Ist halt blöd gelaufen. So, aber wenigstens habe ich hier noch einen Schatz, den kann ich noch mitnehmen. Ja, und was ich leider noch andere schlechte Nachrichten habe, ich habe meine Fee verloren. Denn ich war nämlich leider dazu gezwungen, weil ich ja auf einen, ja, ziemlich fiesen, hinterhältigen Überraschungsangriff reingefallen bin. Hat mir leider der Gegner leider ein paar Herzen wieder weggejagt und, tja, ist halt doof gelaufen, aber kann man halt nichts mehr machen. Sag mal, was war hier so? Eigentlich gar nichts weiter, oder? Nö. Gut. Ich bin jetzt eigentlich, hört, trotzdem soweit vorbereitet. Faye hat mich sogar schon gefragt, ob ich bereit bin, in den Tempel zu gehen. Tja, das habt ihr leider alles verpasst. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber na gut. Wenigstens habe ich die Tempeltür noch nicht aufgemacht. Das Problem ist ja jetzt, ich habe zwischendurch gespeichert und deswegen ist ja die Aufnahme jetzt leider nicht mehr möglich gewesen, nochmal neu zu machen. Tut mir wirklich leid deswegen. Aber gut. Genug der Entschuldigung. Machen wir jetzt endlich mal die scheiß Tür hier auf. So. Oh Mann, ey. Da fängt der Part ja wirklich gut an. Tja. Aber wie dem auch sei, willkommen erstmal im ersten Tempel hier. Dem Tempel des Himmelsblicks. Und es hat irgendwie eine ziemlich düstere Stimmung. Kibita, ich nehme in diesen Tempel die Aura mehrerer Kreaturen wahr. Daher kann ich sehr, dass Aura nicht isolieren. Somit ist die Aurasuche momentan nicht einsetzbar. Ich schlage vor, dass du dich umsiehst und dir einen Überblick zu verschaffen. Okay, Aurasuche ist tot. Alles klar. So, da ist wieder so ein Speichervogel. Und Gegner. So. So, und hoffentlich Spinnennetze. Oh Mann, ich hasse Spinnen. Egal. So. Egal. Wieder zwei Gegner weg. So, da kann ich ja noch nicht hoch. Erst später. Erstmal wieder was für eine Abkürzung. So. Und hier wieder Fledermäuse. So. Gut, die sind alle weg. Und was ich nicht so ganz kapiere. Wieso läuft denn einige von den Pflanzen immer so komisch orange? Na gut. Ah, da oben ist so eine Pflanze. So. Da brauche ich jetzt mal meine Schleuder, damit ich sie erstmal betäuben kann. Ja, wenn ich mal treffen würde. Die ist fällig. So. Gut. Tür ist auch offen. Gut. Gehen wir erstmal schnell hier durch. So. Scheint alles ruhig hier zu sein. Oh, da ist so eine Steintafel. Die lese ich mal. Der du vom Himmel kommst, höre auf deinen Diener, der dich ins Erdland gebracht hat. Meinen Diener, hä? Okay. Hi. Was ist? Gebieter, mit Diener bin vermutlich ich gemeint. Um meinem Gebieter beistehen zu können, hat mich die Göttin mit umfangreichen Wissen über dieses Land ausgestattet. Du kannst mich jederzeit durchdrücken von... Ja, ja, wissen wir. Du kannst auch etwas durchdrücken von Z-Anvasion und mich mit Hilfe, um dir genaue Informationen zu geben. Ja. Aber ich weiß ja, was ich machen muss. So, schau auf das Schwert. Schau auf das Schwert. Nicht dran vorbei. Alles klar. Oh, die Dinger schon wieder. So, erstmal warten. Das Ding explodiert. Los. Los. Oh, Vorsicht. Oh, Vorsicht. Los, abschütteln. So, da ist noch ein Problem. Den mache ich auch noch schnell fertig. So. Gut. Die sind weg. So, dann mache ich mir erstmal noch schnell eine Abkürzung fertig. Dafür muss ich die erstmal abschließen. Daneben. So, komm schon. So, und du auch noch. So. So, da ist jetzt noch meine Abkürzung fertig. Dann muss ich nicht mehr wieder so einen Umweg laufen. So. Dahin ist ja die Tür, die ist verschlossen. Da ist auch eine Tür, die ist ebenfalls zu und die ist zu, aber da ist so ein Kristall. Den kann ich jetzt erstmal wieder anballern. So. Vielleicht wenn ich mal treffen würde. So, getroffen. Gut. Ah, da ist wieder so ein Netz. So, dann kann ich ja hier rein. Und, Igitt, da ist eine Spinne. Boah, da ist noch eine. Das ist fein. Gebe ich da in der Nähe, befinden sich das ein Ziel, das du anvisieren kannst. Ja, ja, bla 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 bla. Genaue Informationen zu deinem Ziel, das weiß ich doch alles schon. So, Vorsicht, bloß auffassen. Nicht, dass sie das Ziel trifft. Immer schön ruhig bleiben. Die Türen der Kammer zur linken und zur rechten. Trifft die Juwelen. Einmal oben, einmal unten. Okay, gut. Keine Ahnung, was das heißt, aber mach mal sehen. So. Ich muss erstmal hier runter. Glaube ich. Und da ist so ein Durchgang. So, da kann ich hier rein. Und da ist ja wieder so ein Kristall. Den mache ich erstmal wieder mit der Schleuder. So. Ruhig zielen. Und zack. Ha, und ich höre ja schon bereits, die ganzen anderen Viecher verrecken gerade nebenan. Sind jetzt alle ersoffen. So. So, dann kann ich jetzt wieder hier raus. Und jetzt muss ich ja noch die andere Tür machen. Dafür muss ich ja erstmal äh, nach unten. Hoffentlich kann ich das Ding noch aktivieren. Ja, muss eigentlich gehen. Ich kann hier raufkleidern und das Ding anschlagen. Ich hatte mir ja schon Sorgen gemacht eben gerade, dass ich das jetzt nicht mal machen könnte, weil ich hier alles unter Wasser gesetzt habe. Aber hat ja doch geklappt. Gut. Oh. Scheiße, aber den Rubin komme ich nicht ran. Na gut, ist ja nicht weiter schlimm. So, ich muss ja irgendwo hier hoch. Genau hier. So. Was sagt eigentlich die Zeit? Genug habe ich ja noch. So. Muss ich ja erstmal hier so rum. Und fangst du auf. So. Ah, da ist wieder so eine Spinne, aber die komme ich jetzt momentan nicht so ran. Von vorne kann ich die ja leider nicht angreifen, aber ich habe ja schon einen Plan, wie ich die loswärte. Dafür muss ich nämlich erst mal ein bisschen so drehen. So. So. Und jetzt. So. Und mit der anderen mache ich gleich das gleiche, aber erstmal muss ich den Kristall hier anschießen. Dann ist auch hier alles unter Wasser richtig schön geflutet. So. So. So, jetzt muss ich ja erstmal, warte mal, ich brauche ja nochmal die Schleuder. Ich muss auch noch das andere sein hier aktivieren. So. Dann muss ich ja erstmal wieder hier so rauf. So. Dann nach links drehen. So. Vielleicht ein bisschen runterklettern. So. So ist gut. Dann nochmal ein bisschen schwingen. Und springen. Und ich treffe trotzdem nicht. Ich bin so doof. Komm, ich will jetzt wieder hier hoch? Bitte. Ich bin hier hoch. Ah, Mann, 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 Mann. So. So, da ja die Schwimmel auf dem Weg ist, kann ich ja das Netz erstmal zerschneiden. Dann spare ich mir erstmal ein bisschen längeren Weg. Oh, 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 verdammt. Nässt, ich kann die Kamera nicht richtig drehen, wenn ich das Ding anvisieren muss. So, probieren wir es nochmal. So, das heißt, ich muss wohl doch ein bisschen weiter runter, damit ich weiterkomme. schwingen kann. Na, also geschafft. Ich bin dran. So, wieder ein bisschen runter. So, geschafft. Oh, verdammt. Warte mal, liebe Täubich, am besten erstmal. So, komm schon. Daneben. Nee, so leicht kriegst du mich nicht, Alter. So. Hab dich. So, jetzt noch die andere Spinne. Ah, das wär's. So, was haben wir hier noch? Wieder so eine Steintafel. Das will ich nicht. So. Das will ich nicht. So. Triff die Juwelen, die auf der Karte mit X markiert sind. Findet die Karte in der zentralen Kammer. Ach so. So, mit der zentralen Kammer ist ja die hier gemeint. So, machen wir das Ding mal auf. So. Und da ist ja eine Kiste, die... Mal sehen, was da drin ist. So, komm schon. Eine Schatzkarte. Eine Dungeon-Karte. Zeig dir, welche Räume du noch aussuchen musst. Jep. Da ist sie. So. Sie weist dich außerdem auf Schatztruhen hin. Behalte sie deshalb gut im Auge. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast nun deine Karte dieses Gebiets erhalten. Rufe sie durch Drücken von Plus auf. Darauf wird dir angezeigt, wo sich Türen oder Schatztruhen befinden. Und ob diese geöffnet, versperrt oder ungeöffnet sind. Symbolen wie X markieren eben genannte Stellen. Ich fasse dich jedoch nur darauf hin, dass du an Orten wie diesen keine Signallichter setzen kannst. Ja, wie soll ich die auch bitte schön sehen, hä? Ja, gut, äh... Hier ist da noch eine Kiste, an die muss ich noch ran. So, muss ich jetzt nochmal überlegen, wie komme ich jetzt da hin? Irgendwas war doch da. Genau. Jetzt ist ja nämlich das Wasser hoch genug gestiegen, dass ich jetzt hier an diesen Baumstamm hoch kann. So, aber vorher... Spinne muss weggeschossen werden. So. Sonst beißt mich das Vieh und das wäre gar nicht toll. So. Gut, da muss ich ja hier durch. So, und so. Dann komme ich ja hier an diesen Gang an, wo ich ja vorher schon mal war. Da ist die olle Spinne. Oh, Vorsicht! Ach. Das ging ja nochmal gut. So, und da ist ja so ein Typ. Kann ich mich hier so hinstellen? So, jetzt ist ja der Trick, ich muss ja jetzt beide Augen dazu bringen, dass sie sich drehen. Dafür müssen sie sich jetzt gleichzeitig öffnen. So, sie sind offen. Jetzt kann ich das Schwerd drehen. Ja, mal ein bisschen langsamer. Und das war's. Die Augen gehen zu, sind kaputt und da ist die Kiste. So, und da ist ja noch die einzige, die jetzt in diesem Bereich verfügbar ist, würde ich sagen, da ist der Schlüssel drin. Ein Schlüssel. Du kannst ihn aber nur ein einziges Mal verwenden, okay. Gut. Dann denke ich, kann ich ja von hier aus wieder zurückgehen. So. So, ein bisschen schwimmen noch. So. Jetzt kann ich ja da rüber. Und Schlüssel benutzen. So, zack. Und hüpfen. Gut. Wo sind wir jetzt hier? Irgendwo, ähm. So, schauen wir uns mal ein bisschen genauer hier um. Da ist eine Vogelstatue. Da ist eine verschlossene Tür. Da sind Schatzkisten. Hier sind auch welche. Und ich muss in die Mitte des Raumes. Das weiß ich ja schon. So. So. Oh, Vorsicht, Fledermäuse. Ich hoffe, ich kann sie noch schnell fertig machen. Komm schon, komm schon. So. Ha. So. Gut. Dann kann ich jetzt hier rein. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich denke mal, ich müsste das schaffen. Weil da kommt jetzt nämlich so ein kleiner Zwischengegner. Ein Skelett-Typ. Wow, ist der gruselig. So. Oh, Vorsicht. Aus der Deckung. Vorsicht. Am besten immer hier nur mit einzelnen Schlägen machen. Weil er blockt sowieso immer jedes Mal gleich sofort. Wow. Verdammt. Ausweichen. Wow. Das war knapp. Wow. Verdammt. Scheiße. Daneben. Wow. Verdammt. Wow. Das war schon? Der hat ja gar nichts drauf gehabt. Ey, das gibt es doch nicht. Ey, cool. Dann schaffe ich jetzt vielleicht sogar das Setz halt zu holen, das noch hier ist. Was kriegen wir? Einen Käfer. So. Gut. Zeige ihm bei der Wienverwendung auf die Bildschirmung und den Käfer durchdrücken. Ja, bla, bla, bla. Und so weiter. So. So. Unser zweites Item. Ich habe das soeben gefundene Item analysiert. Seine insektenhähnliche Gestalt deutet auf Flugfähigkeit hin. Neige die Wienverwendung, um es aus der Entfernung zu steuern und kleinere Objekte zu treffen oder mit seinen Zangen zu zerschneiden. Um nähere Informationen über dieses Item zu erhalten, aktiviere es durch Drücken von B und drücke dann... Ja, ja, bla, bla. So, gut. Dann muss ich jetzt erstmal hier so rein. Schnell auf... Hier raus. Und nach rechts. Rechts, rechts, rechts. Komm schon. Ja, und... Zack. So, dann komme ich ja wieder raus hier. So. Zah. So, oh. Fledermäuse. Wo bist du? Ach, ich hau schon wieder ab. Willst du nicht mit mir spielen? Boah, Spinne. Ich esse Spinnen. So, dann muss ich mich nochmal beeilen. Erstmal gehe ich aus dem Weg. Und Fangstoß. So. So, da vorne ist ja das Hetzteil. Das werde ich mir jetzt mal schnell holen. Dafür brauche ich ja jetzt den Käfer. Den muss ich hier hoch hinschießen. So, wie schaffe ich das auch? Weil das Ding... Den Ding lädt leider ziemlich schnell die Puste aus. Ja, zum Beispiel jetzt. Komm schon, komm schon. Und zack. So, das geht noch auf. So, und da ist unser zweites Herzteil. Und das heilt mich sogar auch ein wenig. Jetzt fehlen nur zwei weitere. So. Und mit diesem Herzteil im Gepäck würde ich sagen, ich beende mal den Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir mehr von dem Tempel erforschen. Also dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018